Beifahren Räume in Atenzone, jetzt geht's los hier. So, meine Damen und Herren, jetzt können wir mal aufbauen, jetzt gehen wir mal aufbauen, jetzt gehen wir mal aufbauen. Hacht, acht, acht. Ja, wir haben so zwei Spezialfälle an Bord, ne, Gormann Nummer 2, die wollen nicht schneller fahren. Nein, sorry, aber sie kommen immer wieder. Ich kann es, ich verstehe es auch nicht. Aber wir sind ein demokratisches Karussell, also wenn ihr jetzt alle sagt, dass wir nicht schneller fahren wollen, dann brauchen wir auf die beiden überhaupt gar keine Rücksicht nehmen. Wir machen mal eine Abstimmung, alle die schneller fahren wollen, die Hände hoch. Ja, bei der ja schon wieder aber noch, ne. Na, Leute, bei der ja das war ein Spaß, aber wir starten durch, wir sind hier los. Ready, everybody, let's do it. So, Leute, gut festhalten, wer hätte dann Zeit gesteckt, und jetzt. Jetzt geht's auf Zeit. Yeah. Good. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.